Nur seinen Träumen folgen und seinen eigenen Weg finden. Wie geht das? Meine Gäste zeigen es gleich vor. Barbara Kalich, Talk um vier. Auswandern nach Afrika, als Eremitsleben oder eigenen Glaubenssätzen folgen. Wer wagt, der gewinnt. Das ist das Motto der Gäste heute Nachmittag. Lebenskünstler, Aussteiger und Co. versammeln sich heute bei mir. Und ich darf Ihnen die Gäste vorstellen. Andrea ist alleinerziehende Mutter und versucht aus jedem Tag etwas Gutes herauszuholen. Lebenskunst ist für sie, den Spaß am Leben nicht zu verlieren. Charlotte ist ausgewandert mit dem Schiff nach Afrika. Sie ist um die halbe Welt gereist und konnte dort so sein, wie sie wirklich ist. Hermann hat sein Glück im Pilgern gefunden und sieht sich als Menschenbegleiter. Er war an einem Punkt angekommen, wo er wusste, dass er sein Leben ändern muss. Sebastian wanderte nach Kolumbien aus. Thomas, das einfache Leben im freien Schlafen, den Wind spüren, das ist das Leben, das er sich vorgestellt und auch dort gefunden hat. Amrei bezeichnet sich als Lebenskünstlerin, hat sieben Kinder und lebte zwischen Katar und Österreich. Sie ist eine Anhängerin der Rastafari-Bewegung. Und Thomas war Eremit und liebte und lebte den Minimalismus. Ein Schicksalsschlag führte ihn zur Einsiedelei in Salfelden am Palfen. Das sind so großartige Geschichten und ich hoffe, dass eine Stunde quasi reichen wird, um auch alles erzählen zu können, was ihr so erlebt habt. Also um die halbe Welt gereist, ganz alleine gelebt, sich selber gefunden. Was sich aber alle vereint, das ist auf alle Fälle ein wahnsinniger Mut und eine Neugierde auf das Leben. Sebastian, du bist ein Spaßvogel, ein lustiger, ein Abenteurer, jemand, der einfach sich traut, was anderes zu machen. Weil eigentlich wäre vorgesehen dein Leben gewesen, so mit Karriere und hierbleiben. Das war einmal der Plan, ja. Aber das Leben hat dann anders gespielt. Da fange ich gleich an, wie es nach Kolumbien gekommen ist. Ich habe da meine Arbeit verloren und habe aber davor sehr viel gearbeitet immer. Bin dann Richtung Burnout schon getrifftet. Und ja, habe nicht gewusst, wie ich mein Leben da verändern soll. Mein Bruder, der war schon in Kalifornien und der hat gesagt, du, momentan, du hast nichts zu verlieren. Ich komme um mir, ich habe einen Job für dich und ja, arbeite mal zusammen. Und was hat er gemacht dort oder welchen Job hast du dort angenommen? Da haben wir auf einer Mariana-Plantage gearbeitet. Schilig, ne? Ja, sehr. Du hast irgendwo gelernt, Permakultur anzuwenden. Genau. Was ist Permakultur? Permakultur ist für mich eine Lebensphilosophie. Das kommt ursprünglich aus der Landwirtschaft, wo es eben die konventionelle Landwirtschaft gibt, die biologische. Und die Weiterentwicklung ist dann die Permakultur, wo eben keine Düngemittel hergenommen werden, wo das Land so designt und geheilt wird, dass die Natur sich selber wieder heilen kann. Welchen Beruf hast du erlernt? Bürokaufmann. Aber das, was du jetzt machst, ist in Wirklichkeit ganz was anderes, oder? Ganz was anderes, ja. Vielleicht kannst du Dinge, die du erlernt hast, auch gebrauchen. Man braucht ja auch, wenn man quasi Permakultur betreibt, vielleicht ein bisschen was Bürotechnisches. Ja, buchhalterisch. Aber de facto machst du eigentlich ganz was anderes, als das, was du wolltest, ne? Ja. Es hilft mir jetzt schon auch die Schule, was ich gemacht habe, im Bereich Marketing, im Bereich Kommunikation, im Bereich Fremdsprachen. Also es hat mir sehr viel geholfen. So eine tolle Werkzeuge, die ich jetzt auch mit dem Ganzen kombinieren kann. Wenn du nach Hause kommst, schätzt du dann unser Land? Ja, sehr. Was genau hier? Je länger ich weg gewesen bin von Österreich und je öfter ich wieder zurückkomme, desto mehr sehe ich die Schönheit. Auch den Riesenvorteil, den wir haben durch das ganze System, das, was da aufgebaut ist. Dass man eben nicht so wie in Kolumbien, wenn man keine Arbeit hat, man hat halt einfach nichts zu messen. Ja genau, durchs Netz, durchs Soziale, genau. Also dass es dort vielleicht gar nichts so gibt wie bei uns. Nein, das gibt es nicht. Und ich vermute auch Wasser, aus der Wasserleitung und solche Dinge, die Kleinigkeiten, die wir eigentlich gar nicht mehr zu schätzen wissen mitunter, ne? Ja, das ist wieder was anderes, weil in Kolumbien zum Beispiel haben wir direkt aus dem Bach das Wasser getrunken. Weil da oberhalb von uns, also die Länder, die wir gekauft haben, da sind nur ein paar Bauern oben. Ein paar, die nehmen ein bisschen Giftmittel her, aber das sind tausende Liter, die, was pro Sekunde da halt durchfließen. Das heißt, man kann wirklich direkt aus dem Bach das Wasser trinken. Du lebst dort mit deinem Bruder. Gibt es noch weitere Menschen? Also seid ihr in Beziehung oder sind da noch andere Menschen, die bei euch auf der Farm leben? Bei uns auf der Farm direkt nicht. Der Grundgedanke war, dass wir da eben eine Community gründen, also Gemeinschaft gründen. Es sind dann aber draufgekommen, die Gemeinschaft ist schon da und wir können mich jetzt am besten in die Gemeinschaft integrieren. Genau, ja. Und es sind von überall auf der Welt Leute, also Leute aus Kolumbien, aus Brasilien, aus England, aus Frankreich, aus Kanada, also überall auf der Welt sind die Leute da hinkommen und sind jetzt unsere Nachbarn. Charlotta, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Hast du dir wahrscheinlich auch gedacht in jungen Jahren und hast dich auf ein Schiff begeben nach Afrika. Heute fliegt man. Damals hast du dich mit, glaube ich, dem letzten Schiff nach Südafrika begeben. Ja, das war von Triest aus. Und das ist dann über Venedig, Genua, Barcelona, Dakar, Wolfisbe, Kapstadt und Dörben gegangen. Da bin ich dann ausgestiegen und dann mit der Eisenbahn weitergefahren nach Johannesburg. Weil die, das war eine unterstützte Auswanderung. Also die südafrikanische Regierung wollte frisches Blut in die Bevölkerung hineinbringen und hat uns eingeladen, nach Südafrika zu kommen. Das war also unterstützt. Wir haben also schon müssen mitzahlen, aber es war ein guter Teil der Reise, war von Südafrika gelöhnt. Und was hast du gelernt, welchen Beruf? Ich habe Radiomechaniker gelernt. Okay. Das ist nämlich ja oft so, dass wenn Länder arbeitende Menschen holen, sozusagen, dann muss man ja was gelernt haben. Also du hast was gekonnt, du hast dein Handwerk erlernt. Genau. Das war ein Kriterium damals, ein abgeschlossenes Handwerk. Also abgeschlossene handwerkliche Ausbildung. Und dann bist du dort geblieben für immer und ewig? Dann bin ich, nein, ich war nur acht Jahre da. Also das ist, ich bin runtergefahren, bin 72 und dann war ich bis 80 da. Und ja, und am Anfang habe ich ja so für verschiedene Firmen gearbeitet. Also das war eine amerikanische Firma, die Radars hergestellt hat. Dann war ich weiter bei Firmen, die Telekommunikation und die Elektronik für beides machten. Du hast dann technische Berufe, ne? Alles technisch. Und wieso wolltest du weg? War dir das Land hier ein bisschen, ist dir das zu eng geworden? Ja, also ich habe damals noch nicht genau gewusst, warum die ganze Geschichte geht. Beim Militär war das dann so, naja gut, also da habe ich also nicht so richtig zu dem Haufen dazugekehrt. Also ich bin eigentlich ziemlich oft da und ziemlich gut gemobbt worden. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, also man geht vor sich selbst durch, man geht vor der Situation durch. Und ja, das hat natürlich einen Beweggrund. Vor sich selber kann man nicht davon gehen. Aber die Situation hat sich doch einiges geändert. Nur für mich war das eigentlich, Südafrika war eigentlich das falsche Land. Ich hätte nach Australien auswandern sollen, aber wahrscheinlich heute noch. Du bist dann auch weitergereist, also warst dann auch lange auf einem Schiff, warst auf einem Tankschiff, glaube ich auch. Und jetzt werden sich wahrscheinlich viele denken, naja, also da sitzt sie da im Dirndl, die Charlotte, und ist Techniker, sagt sie. Und auf einem Tankschiff, das sind nicht wirklich typische weibliche Berufe. Und jetzt muss man dazu sagen, damit man sich auch auskennt, du hast das Geschlecht, das dir bei der Geburt zugeteilt wurde, das ist nicht das, das du empfunden hast. Du wolltest eigentlich immer Frau sein. Du warst auch Frau. Nur nach außen hin musstest du halt Mann sein. Oder warst halt optisch der Mann. Für jemanden, der sich jetzt denkt, was, da kennen wir jetzt nicht ganz aus. Wann, Charlotte, konntest du endlich du sein? Wann bist du angekommen bei dir? Das war schon in Südafrika. Und da konntest du dann auch als Frau durchs Leben gehen? Ja, allerdings habe ich da beide Seiten der Medaille kennengelernt, weil als Techniker ist man da unten als Frau nicht wirklich gut angeschrieben. Also ich habe da nicht, speziell als ich dann selbstständig war, haben mir die Leute nicht vertraut, dass ich da wirklich die Frau stehen kann. Und so habe ich mich zwischendurch wieder umgezogen. Fast ein bisschen ein Doppelleben geführt, gell? Ja, eigentlich schon, ja. Und als du dann zurückgekommen bist, da warst du, glaube ich, schon 58, bist du zurück nach Kärnten? Ja, also ich war ziemlich lange in der Karibik und dann bin ich auf Motorjachten gefahren als Maschinist. Und da konnte ich eigentlich ziemlich frei leben. Bist du nicht alleine, auch auf dem eigenen Schiff unterwegs gewesen? Ja, ich habe mir in Hamburg ein Segelboot gekauft, das war 1980, also als ich aus Südafrika zurückgekommen bin. Und bin dann über den Atlantik gefahren. Das heißt, zuerst bin ich einmal um England herumgefahren, um mir selber das Segeln beizubringen. Und dann bin ich durch die Kanäle gefahren. Da war auch meine Familie mit an Bord. Wer wäre es Familie? Eltern, Schwester, Bruder. Selber, also eigene Familie habe ich nicht. Und dann bin ich auf die Kanäle und habe da einen eigenen Laden gehabt, also habe da gearbeitet. Und bin dann weitergefahren. Das war 1986. Bin ich dann über den Atlantik nach, eigentlich über Funk, habe ich mit einem Kumpel ausgeredet, okay, wir treffen uns in Trinidad zum Karneval. Das hat sich herausgestellt, also haben wir gedacht, na also, das wird sich nicht ausgehen. Ich bin zu spät. Aufräumen will ich in Trinidad nicht. Habe ich ihn dann gefragt, wo fährt er als nächstes hin? Union Island. Ihr habt damals auch nicht gewusst, wo das ist. Das ist eine kleine Insel in St. Vincent der Grenadines. Und ich bin dann losgefahren, ja, mit wirklich nicht genug Kartenmaterial. Ich habe das aber gefunden, wir haben uns, das ist sich alles ausgegangen. Und das war also meine erste Atlantiküberquerung mit meinem eigenen Brot. Charlotte, wirklich ganz allein. Du warst die ganze Zeit mit keinem anderen Menschen auf dessen Brot? Ja, ich war da alleine, ja. In drei Wochen war ich drüben. Und ja, man bildet sich da eine Routine. Man schläft eigentlich die ganze Zeit. Und alle 20, ich habe mir die Uhr gestellt, die Glasuhr, die klingelt also zu jeder Viertelstunde. Und ich bin meistens vor dieser Viertelstunde schon aufgewiesen und habe mit dem Fernglas die Runde gemacht. Und da habe ich mich dann wieder hingelegt. In einer Viertelstunde fahre ich das Boot nicht so weit, dass... Ja, ja, dass irgendwo an... Ja. Aber Stürme, Gefahren, ne? Das ist... Ja, also das ist dann... Also ich habe einen Hörigen miterlebt, auf meinem eigenen Brot. Das war aber dann schon drüben in der Karibik. Aber da kann man nichts machen, nur beten, gell? Ja, also mit Volker Schemmo in die Mangroven reinfahren, sich überall anbinden, wo es geht. Und warten, bis das vorbei ist. Hermann, wäre das für dich nichts? So eine Atlantik-Überfahrt oder über Segeln und Hurricanes erleben. Ich bin zwar ein schräger Vogel. Entschuldige, das ist ein schräger Vogelstag. Aber das muss jetzt nicht sein. Aber beten kannst du auch gerne. Ja, aber zu vielleicht nicht diesem römisch-katholischen Gott, aber zu meinem Gott. Zu Gott, also quasi zur Natur, kann man sagen. Weil du bist ja auch viel unterwegs draußen, ne? So ist es. Also ich glaube schon, dass es dieser GOTT ist, der so in Österreich für viele wichtig ist. Aber ich glaube nicht, dass ein alter Mann mit Rauschebart ist, sondern ich glaube, er besteht einfach aus ganz viel Liebe. Oder sie. Ich weiß immer noch nicht, ob er oder sie. Das ist sowieso. Viele sagen ja, Gott findet sich in der Natur. Und du bist ja sehr gerne in der Natur und begleitest Menschen. Wobei? Es gibt wunderschöne Wege mit wunderschönen Zielen. Und das wissen gewisse Leute schon seit Jahrhunderten. Also es gibt so klassische Pilgerwege. Das ist jetzt Assisisch, Rom, Jakobsweg mit Santiago de Compostela. Maria Zell. Auch, genau. Österreich darf man nicht vergessen, auch wenn ich meistens im Ausland bin. Aber so Wege und Orte, die seit Jahrhunderten Kraft spüren, die geben auch Kraft zur Retour. Und das merken meine Menschen. Und ich merke es auch. Ich habe nur deswegen angefangen, weil ich einfach gemerkt habe, Krise, ich glaube, da sitze ich eh zwischen zwei, die Ähnliches erzählen können. Krise brachte mich ganz auf den Boden runter. Und einfach unterwegs sein. Drauf kommen, dass man nicht mehr braucht wie einen Rucksack. Und jeden Tag nicht wissen, wo man am Abend schläft. Aber man schläft immer irgendwo am Abend. Ich komme gleich zu dir zurück, Thomas. Man braucht wirklich nicht viel zum Leben. Du hast es gemerkt, in der Einsiedelei, da ist wirklich nichts. Kein Licht, also kein Strom. Nein, es hat kein Strom, kein Wasser gegeben da oben. Und also liegt auf über 1000 Meter oben. Und ja, da muss man alles genau auch einteilen. Auch mit Waschen und Duschen. Weil ich muss ja jeden Kanister Wasser hinauftragen. Von wo hinauf? Ja, von unten. Da ist ein Backplatz. Und dort gibt es ja Wasser. Und wobei ich jetzt dazu sagen muss, dass so auf halber Höhe, da ist ein Schloss. Und da ist ein kleiner Unterstand. Und da kann der Einsiedler irgendwas, was ihm dann zu viel ist, zu schwer ist, etc., dort abstellen. Und da habe ich auch ein Tafel so in Reimen hingehängt, dass die Leute das bitte mitnehmen sollen. Die Wanderer. Die Wanderer, die hinaufkommen. Ich war einer seiner Wasserträger. Ah ja? Ich habe Wasser auftragen. Wirklich? Ja, deswegen bin ich nicht verdurscht. Aber für mich in meiner damaligen Situation war dieses spartanische Leben unheimlich wichtig. Was war denn das für eine Situation im Leben damals? Wieso wolltest du dorthin alleine leben? Ja, das war so, dass ich vorher einmal, ich hole ein bisschen aus, weil ich vorher war ich im Häfen fast zwölf Jahre. Also Gefangenenhausseelsorger, so muss ich sagen. Häfen, Gefangenenhausseelsorger. Und dann habe ich meinen Dienstvertrag mit der Ärzte Süße Wien gelöst aus Gründen. Ja, also ich habe mit den damaligen Erzbischofsschwierigkeiten, also größte Schwierigkeiten gehabt. Und da habe ich dann plötzlich also auch keinen Job gehabt. Und mir war klar, in dieser Kirche, in dieser Amtskirche arbeite ich nicht mehr. Und unter so einem Bischof schon gar nicht. Und ja, dann bin ich, habe mir gedacht, was mache ich jetzt? Ich habe nämlich dann Psychologie zum Studieren begonnen, weil mich interessiert hat, wie ich im Gefangenenhaus war, warum tut einer das, was er getan hat? Was steckt da dahinter? Und dann war ich eben mit meiner Psychotherapieausbildung noch nicht fertig. Und die kostet aber Geld. Und da habe ich mir gedacht, ich brauche irgendeinen Job, wo ich das verbinden kann. Und war dann Taxifahrer. Eineinhalb Jahre in Wien war ich Taxifahrer. Und eines Tages ruft mich mein Chef an und sagt, du, könntest du nicht eine Krankenhausfahrt machen? Die Analyse-Patientin, die schon einmal mit uns gefahren hat, Probleme gehen, kannst du die ganz übernehmen? Und jetzt musst du dir vorstellen, ich fahre mit einer hübschen, lieben Frau sechsmal in der Woche eine halbe Stunde. Also der langen Rede kurzer Sinn. Man kam sich nah und immer näher. Ja, und wir haben uns also total verknallt ineinander. Und dann noch dazu, wie sie ausgerechnet an meinem Geburtstag, dann eine neue Niere bekommen hat. Dann war es sowieso völlig klar. Also da haben wir gedacht, das kann nicht von nichts sein. Und dann haben wir glücklich 21 Jahre gelebt miteinander. Und das war, und leider, also ich sage das jetzt auf den Tod meiner Lebensgefährtin hin, wir haben uns, glaube ich, zu sehr geliebt. Für mich war das dann ein Schock, obwohl ich gewusst habe, dass sie schwer krank war. Wir waren ein paar Wochen, bevor sie gestorben ist, war mit dem AKH bei einem Professor. Und der hat gesagt, ja, für sie wäre es am besten. Sie würden zugleich ein Spenderherz und eine Spenderniere bekommen zugleich. Und wie sie dann letztlich auf der Intensiv gelegen ist und ich bei ihr war, hat sie gesagt, Thomas, ich liebe dich, aber ich kann nicht mehr. Und das ich kann nicht mehr, das war ein Satz, den es nie gegeben hat bei ihr. Sie hat viele Tiefs gehabt, aber sie ist immer in die Höhe gekommen und da habe ich gewusst, das ist aus. Und ich habe dann gesagt, du, ich bleib bei dir und so weiter. Und sie ist dann so um zwei Uhr in der Früh gestorben. Und wie lange ist das her? Das ist jetzt, zu Weihnachten werden es zehn Jahre. Und für mich war das ein Schock. Und ich habe mich dann in die Arbeit gestürzt, total. Und aber meine Seele hat gequitscht. Ich habe also einen Knopf da drinnen gehabt. Ich habe eine Wut, einen Schmerz, eine Trauer gehabt. Und ich habe das nicht mehr mehr. Ja, und dann wollte ich eben irgendwo alleine. Und ich war schon vor 30, 40 Jahren, war ich schon einmal drei Monate ganz alleine in der Sahara. Und das war damals sehr auch wichtig, eine Zeit. Und da habe ich mir gedacht, das mache ich. Und dann treffe ich den Karim El-Gohari, der ja vom... Unser Korrespondent, ja. ...Korrespondent ist. Und wir sind zufällig da zusammengestoßen und auf die Wüste zu sprechen gekommen. Und ich habe gesagt, ich werde jetzt aber in die Wüste fahren. Und er hat gesagt, nein, das darfst du nicht tun. Die Wüste, die ganze Sahara ist durchsetzt von kleinen Splittergruppen von Terroristen. Und manche wollen auch nur kidnappen und dann halt Lösegeld fordern. Also er würde mich dringend abraten. In meiner Not habe ich dann meinen besten Freund in Tirol angerufen und habe gesagt, hörst du, hast du entweder in Tirol oder der ist eigentlich aus dem Pregenzer Wald. Oder im Pregenzer Wald, kennst du deine Almhütte, wo ich ein Jahr alleine sein kann. Und ja, kurz darauf ruft er mich an und sagt, ja, willst du nicht nach Saalfelden in die Einsiedelei gehen? Sag ich, ich kannte die überhaupt nicht. Und ich sag, wie kommst du denn da drauf? Wie es so ist, ist einer, der mit ihm in Pregenzer Wald in die Volksschule gegangen ist, der war mein Vorgänger in Saalfelden. Und der wollte aufhören und sucht einen Nachfolger. Und dann war ich oben und haben mir das Ganze einmal angeschaut und haben mir gedacht, ja, es ist für mich passt es. Und da bin ich dann hinauf und... Entschuldige, wieso muss dort wer sein? Ja, das ist die älteste Einsiedelei von Mitteleuropa. Die ist über 370 Jahre alt und die war immer besetzt mit einem Einsiedler. Saalfelden hat den finanziert, hat den Lebensiedler zur Verfügung gestellt, weil er war genauso der Brandwächter. Also er ist ja oberhalb von Saalfelden, sieht ganz Saalfelden unter sich liegen und das war seine Aufgabe. Heute vielleicht nicht mehr, heute gibt es die Feuerwehr, die Freiwillige, aber über Jahrhunderte war der die Feuerwehr von Saalfelden. Ja, deswegen hat er auch eine Glocke gehabt und um Brand zu melden, trotzdem ist Saalfelden zweimal abgebrannt, aber das nur nebenbei. Dann wird er da geschlafen. Ja, ja, natürlich, irgendwann... Irgendwann muss er... So wie die Charlotte am Schiff. Ja, natürlich, die musste er auch. Also es hat nicht... Auf alle Fälle war ich da oben und habe mich dann am Anfang... Das ist ja so, das muss man sich vorstellen, das ist ein steiles, eine steile Wand hinauf und Balfen, das kommt ja von Wort Halbhöhlen und da sind überall Halbhöhlen und da habe ich mich wirklich oft sehr zurückgezogen. Ich habe mich... Das war an manchen Leuten dann nicht recht. Die haben gesagt, ja, man muss den Einsiedler auch sehen und so. Und Bosch hat er keinen... Bart hat er keinen... Ah, Bosch! Bosch hat er keinen, also im Pinzgauer Dialekt. Ja, ja, ja. Bosch hat er keinen und der Kutten hat er reingetan. Und ich war ja nicht oben... Aber Theologe ist er, noch immerhin, ne? Ja, Theologe ist er, aber ich war als Thomas dort oben. Nicht als Priester und nicht als Psychotherapeut. Sondern ich war als Mensch Thomas. Und was hast du dort gemacht den ganzen Tag? Also wird man da nicht irgendwie dann... Ja, weiß ich jetzt nicht. Komisch? Wenn man niemanden sieht oder selten wen sieht? Nein, nein, es sind Leute raufgekommen. Also es ist auch bekannt dort, dass man da raufgehen kann. Und die Leute waren eher begierig drauf, eben den Einsiedler zu sehen. Und dann, ja... Und musstest du dann diese Menschen, die zu dir kamen, bewirten? Nein, nicht. Also das ist manchmal, wenn ich irgendwie was gehabt habe und dann gekauft habe, dann vielleicht irgendeine Obe gespritzt oder so irgendetwas, aber nicht so... Vor allem am Anfang habe ich mich so zurückgezogen, weil ich mit mir selber zu kämpfen gehabt habe. Und wie das dann lockerer war dann, also wie sie das gelöst hat, bin ich ja darauf gekommen, dass das nicht nur der Schmerz ist, dass ich meine Rose verloren habe, sondern dass ja da auch sehr viel Selbstmitleid dabei war. Bei der ganzen Sache und nicht nur der Schmerz über das. Und auch der Rose ist sehr viel erspart geblieben. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Also was da... Und dann ist für mich auch so seine Dankbarkeit, überhaupt die Dankbarkeit mit so einem Menschen 21 Jahre... Das Glück gehabt zu haben, hat ja gar nicht jeder. Glück gehabt zu haben. Genau. Andrea, du hast auch einen geliebten Menschen verloren. Jetzt der Thomas hat sich zurückgezogen in die Einzedelei. Wie hast du den Verlust deines Partners verkraftet oder verarbeitet? Stimmt, mein Mann ist gestorben. Er war nicht nur mein Partner, wir waren verheiratet. Und wir haben drei gemeinsame Kinder. Die Einzedelei wäre natürlich für mich nicht in Frage gekommen, weil meine Kinder waren elf und acht und vier. War das Leben nach dem Verlust, wir müssen jetzt auch gar nicht so sehr über den Verlust reden. Es geht ja heute auch um Lebenskünstler und Aussteiger. Aber du hast dann schon relativ schnell, auch müssen natürlich, dein Leben umkrempeln und wurdest ja dann zur Lebenskünstlerin. Also du hast das Leben ja dann anders gehandelt, oder? Das sind jetzt so viele Richtungen, in die das gehen kann. Also was mir spontan einfällt, ist, ich habe mich damals erlebt, wie wenn ich zehn Zentimeter tief im Boden drin stehen würde, so sehr bin ich gebraucht worden. Und so notwendig war das, einfach für alles da zu sein. Und man ist ja von einem Moment auf den anderen, macht man das Doppelte. Und ist mein Vater und Mutter. Das Trauern kommt schwer. Ich habe massiv getrauert. Also ich habe da das Wort Trauerarbeit verstanden, wie das wirklich Arbeit ist. Also wie eine Berufstätigkeit. Und es dauert ewig. Also es dauert jahrelang. Und dann war ich in einer Bedürftigkeit, weil ich habe meinen Mann ganz jung kennengelernt und er war viel älter als ich. Es ist ja ganz absurd, ich werde heuer so alt, wie er war, wie ich ihn kennengelernt habe. Er war 43 und ich war 21. Und diese Einsamkeit so zu suchen oder so zu suchen, das würde mir nicht einfallen. Also ich bin jemand, der ganz viel Beziehung braucht und Verbindung braucht. Du wärst eher so drauf wie der Sebastian, oder? Ich bin aber dazu gezwungen. Ja, ja, ich weiß schon. Mit Kindern hat man... Viel mit Einsamkeit konfrontiert oder zumindest mit Gefühl der Einsamkeit. Und da trotzdem nicht zu versinken, sondern zu versuchen, in der Fröhlichkeit zu bleiben. Das ist die Kunst, um die ich jeden Tag ringe. Was machst du beruflich? Verschiedene Sachen. Im Augenblick bin ich hauptsächlich Waldkindergärtnerin. Das ist so schön, ein Waldkindergarten. Das ist wirklich ein schönes Jahr. Wisst ihr, was ein Waldkindergarten ist, alle? Erklär es vielleicht zu jemandem, der es nicht weiß. Wir haben einen Container. Das ist unser Schutzraum. Und wir sind nur dann drinnen, wenn es schüttet. Oder im Winter, wenn es eiskalt ist. Also im Winter gibt es schon Tage, wo wir es nur zwei Stunden draußen schaffen. Aber Andrea, so wie Sebastian, also die Welt zu bereisen oder letztendlich auch wie die Charlotte, das hättest du vermutlich auch gerne gemacht. Aber das ging halt nicht, weil du die Verantwortung für deine eigenen Kinder hattest. Na, das liegt mir nicht. In jungen Jahren wäre ich vielleicht in diese Richtung gegangen als Aussteigerin. Aber mein Mann war ja, wie gesagt, viel älter und war schon so arriviert und gesetzt in seinem Leben. Und ich war jung und anpassungsfähig und habe da einfach quasi mit ihm mitgelebt. Amrei, du bist schon eher die Reiselustigerin, aber hast auch mit deinem Mann, also hast auch viel vielleicht ihm zuliebe gemacht, oder? Also dieses Reisen zwischen Katar und Österreich. Ja, war aber schon auch wegen mir, weil ich bin eigentlich sehr neugierig. Es war auch dann möglich, Indien besuchen und Ägypten besuchen und einfach die ganze Welt ein bisschen anzuschauen. Aber eins von meinen sieben Kindern, das habe ich in Katar bekommen, worauf ich dann entschieden habe, nein, ich will doch lieber alle Kinder in Österreich bekommen. Also das war die Erkenntnis, ja, das war ein bisschen eine raue Angelegenheit. Auch wenn das Spital war. Ich muss auch dazu sagen, wie ich 1991 das erste Mal hinuntergekommen bin, war das im Vergleich zu heute eine ganz andere Zeit. Da war noch richtig Wüste und Beduinen, da war noch nicht so schön offen. Die sieben Kinder sind alle von einem Mann? Nein, ich war davor auch in Österreich verheiratet und habe ein Kind. Und die anderen sechs Kinder sind dann mit dem zweiten Mann. Okay. Und der war aus Katar, ja. Genau. Und die Kinder sind wie alt? Der Älteste ist 42 und die Jüngste 20. Okay, also aus dem gröbsten Jahr. Ja, ja, zum Glück ich muss. Also das letzte Kind sozusagen ist jetzt am Aussehen oder am Selbstverantwortung übernehmen, sagen wir so. Du bist eine begeisterte, also du bewunderst die Rastafari-Bewegung. Was ist das? Mir gefällt daran, dass es keine zwingende Religion ist, so wie die anderen meisten. Dass es sehr stark die Beziehung mit Spiritualität und Natur hinein bezieht. Aus dem Grund hat man auch solche Haare. Deswegen denke ich, dass die Haare schon eine Verbindung ist mit oben, mit der Spiritualität, mit der umgegebenen Ergebung. In Kolumbien brauchst du nichts sagen. Ich habe keine Verbindung. Also symbolisch gesehen sollen es die Antennen sein. Das sagen die indigenen Kolumbien auch, ja. Das sind die Antennen. Die Antennen. Und die Wurzeln auch. Also es ist mehr so eine Verbindung. Eben die Antennen nach oben und auch aus den Wurzeln heraus. Aber kann man diese Bewegung hier in Österreich leben? Wenn man sowas macht wie sie, mit Waldkindergarten, ist das ganz, auch das, was er macht, ist ganz toll. Also eigentlich jeder auf seine Art, natürlich, ja. Amrei, du bist in eine Familie hineingeboren worden, die, sag ich jetzt einmal, anders war als die anderen Familien am Land. Sehr künstlerisch. Sehr freigeistig. Freigeistig, genau. Was ist der Vorteil und was ist der Nachteil, wenn man in so eine Familie hineingeboren wird? Also, sag ich mal so, ich bin meiner Familie besonders dankbar, weil sie mir viele Dinge gezeigt haben, wie man im Leben zurechtkommt. Und nachdem ich ein Einzelkind war, die ersten sechs Jahre zumindest, und ich eigentlich nur Halbgeschwister habe, war ich schon immer irgendwie anders außerhalb. Also, es war ein bisschen schwierig für mich in der Schule zum Beispiel, weil ich habe mich so mit der Familie, also meistens künstlerisch, kreativ oder am Land mit irgendwelchen Tätigkeiten da schon leben können. Und dann bin ich in die Schule gekommen und dann hat das Problem mit dem Reden angefangen. Da waren dann viele Leute, die haben mich angeschaut und ich habe kein Wort mehr rausgebracht. Das heißt, ich habe eigentlich bis zu meinem 16. Lebensjahr mit Mühe und Not die Schule geschafft. Am 16. Geburtstag bin ich in den Sekretariat gegangen und habe gesagt, bitte danke, ich mache jetzt, was ich will, aber erledigen. Meine Eltern waren schockiert, haben gesagt, boah, das geht nicht, du kannst nicht einfach das machen. Sebastian, du bist ja auch im Dschungel unterwegs gewesen. Wie muss man sich das vorstellen? Da ist ja nichts. Also eine wunderschöne Natur. Ja, das erste Land, was wir gekauft haben, da war schon eine Hütte. Also das waren acht Pfosten, wo man halt so einen Wellblechverschlag drübergehauen hat. Das ganze Haus haben wir aber nachher erweitert, weil wir eben sehr viele Leute eingeladen haben. Wir waren ein großer Arbeitgeber, also dass wir auch die Leute da versorgen können, dass wir unsere Produkte, die wir angebaut haben, dass wir das veredeln können. Ja, dass wir gestern empfangen können. Also wir haben sehr spartanisch angefangen, wo wir auf dem Boden geschlafen haben oder in der Hängematte oder auf so einer dicken Couch halt. Aber ich meine, du könntest theoretisch überleben. So, wenn man sagt, was weiß ich, Blackout oder sowas wäre und du wirst jetzt im Wald alleine. Ja, das habe ich vorgesagt, ja. Und ich habe davor auch in Kalifornien, wo ich gelebt habe, aber ja auch im Zelt für zwei Jahre gelebt. Wie ist das, wenn man da so minimalistisch lebt? Ein super Luxus. Da muss ich nicht über so viele Sachen Gedanken machen. Wie schaut es aus? Sondern ich habe mein Zelt gehabt, ich habe da meine Matratze drin gehabt, einen kleinen Gaskocher, dass wenn es geschnieben hat, dass ich ein bisschen Feuer machen habe können. Und dann habe ich es warm gehabt, mein Kaffee in der Früh gemacht und bin wieder arbeiten gegangen. Also es ist sehr romantisch, aber es hat natürlich auch wieder andere Seiten, weil es sehr viel an die körperliche Substanz angeht. Aber jetzt habe ich eben den Luxus, dass ich im Sommer da in meiner Selbstständigkeit arbeiten kann mit der Kleinstlandwirtschaft, die ich habe. Und dann im Winter, wenn es wirklich so kalt ist, dass mir wieder das Wasser abfriert, dann gehe ich nach Kolumbien oder gehe zu Projekten. Wenn du so Menschen hörst, wie jetzt die Andrea, ohne sie jetzt natürlich da bewusst zu meinen, sondern Menschen, du wirst ja welche kennen, auch bei dir in der Umgebung, die so gar nicht weg wollen. Fehlt es Ihnen was, eben dieses über den Tellerrand blicken? Das denke ich überhaupt nicht. Also ich finde das total schön, wenn es eben so viele Leute gibt, die so glücklich sind, da wo sie sind, dass sie sagen, ich bin total zufrieden mit dem, was ich habe. Also ich denke, das ist ja eine Riesenlebensqualität, dass man nicht im Außen sucht, was man im Innen schon hat. Was denkt der Hermann darüber? Du hast da eigentlich viel schon erlebt, anders gelebt als die Macht. Für mich ist es einfach sehr spannend zu hören, dass bei fast allen, bei uns, hier, die sechs, eine Krise sehr viel verändert hat. Bei mir war es genauso. Also bei mir war es, der erste große Schritt war Weg von Ischgl, von vier Sportgeschäften zu weniger. Und merken, weniger macht mich reicher. Man muss nicht immer in Euros oder damals in Schilling und D-Marks reich sein. Ich bin einfach drauf gekommen und da spüre ganz viel, links und rechts, Beziehungen, Mitmenschen. Das ist der wahre Reichtum. Und das zweite Mal, es hat dann noch einmal leider eine Krise gegeben, wo, jetzt sage ich es auf Tirolerisch, drei Lawinen gleichzeitig auf mir unten abrasselt sind. Da war einfach die Erfahrung, dass es eine Kraft gibt, und jetzt sind wir wieder ein bisschen beim Thema von davor, die aus dem größten Schlamassel doch hilft, darauf wieder rauszukommen. Also zuerst war Highlife Ischgl und das Geld und Pass und Party und Lifestyle, genau. Genau, dann noch ein bisschen Bank, also damals war noch wirklich Money, 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 extra world around. Und Beziehung, Beziehung, Liebe? Es waren immer Menschen, Frauen, die ich sehr, sehr geliebt habe. Und in dieser Phase, in dieser einen Phase, war ich nur in sie verliebt. Aber es war nie die Frau, wo ich mir gedacht habe, mit der wäre ich alt. Mit der wäre ich mal Kinder kriegen. Jetzt gibt es sie, Gott sei Dank, mein Leben. Deswegen bin ich jetzt in Pinzgau, als Tiroler. Was einfach so besonders ist, ist das Teilen von Erfahrungen. Ich habe wirklich eben auch über meine Geschichten, was mir sehr, sehr, sehr schlecht gegangen ist, und es ist wirklich bis zum letzten Millimeter gegangen, Vorträge gehalten. Nicht, weil ich wichtig bin, nicht, weil ich mich positionieren wollte, sondern weil ich einfach gemerkt habe, wenn man Sachen teilt, dann traut sich auch jemand anderem mal zu sagen, hey, mir geht es genauso. Aber wie bist du ausgestiegen? Also wo war dein Aussteigen aus diesem Hamsterradl? Was hast du dann gemacht nach Ischgl? Es waren eh so kontinuierliche Schritte. Also nach Ischgl kam die Bank in Innsbruck, dann kam Wifi Innsbruck, da war ich mit Jugendlichen gearbeitet, deswegen habe ich sehr gehört, wo ich Jugend gehört habe. Dann bin ich auf einem Biobauernhof gewesen, wo Jugendliche mit schlimmsten Geschichten gewesen sind und einfach wieder einen Boden gekriegt haben und mir hat es gut, dann endlich wieder mal richtig miert, schwitzend am Abend ins Bett zu fallen. Dann die Liebe hat mich nach Salzburg gebracht, bin ich dann ins Burgenland, dort geht es in die Franziskusgemeinschaft, wo Menschen, Familien, einzelne Männer, Frauen einen Biobauernhof bewirtschaften. Ist das im Pinkerfeld? 100 Punkte, genau im Pinkerfeld ist das. Und dieses Pilgern, wer kann damit pilgern mit dir? Jeder, der will. Und die Motivationen sind ganz unterschiedlich. Also da gibt es wirklich so ähnliche Geschichten, wie ich es schon erzählt habe. Also schwer ist die Krise und ich muss einmal weg, ich brauche einmal ganz was anderes, ich muss einmal raus, dass es den Hamster hat oder aus Gewohnten. Interessiert das den Thomas Pilgern? Ja. Ja? Hast du es schon gemacht oder noch nicht? Ja, ja. Ja? Ja. Aber es gibt auch ganz andere, jetzt nehme ich das andere Beispiel, einfach aus sportlichen Gründen. Ich möchte es einmal in meinem Leben schaffen, 280 Kilometer zu gehen oder 800 nach Santiago. Und dann gibt es noch so mittendrin Lebensumstellungen. Also ganz oft Menschen, die gerade in die Pension kommen, die gehen mit mir mit. Und andere, die einfach sagen, wow, inzwischen weiß ich, dass du wunderschöne Gegenden kennst, mit tollen Zielen, ich will das einfach mal erleben. Und ich lasse mich darauf ein, einmal nur auch Kieler zu haben und vielleicht sogar zu zwölft in einem Saal zu schlafen. Charlotte, da wäre das für dich was? Oder bist du lieber am Wasser unterwegs? Nein, also das ist ja, für mich ist da alles in der Richtung offen. Also da gibt es ja in Gärnten einen Vier-Berge-Lauf. Da heißt es ja, wenn man den dreimal gemacht hat, hat man einen Mord frei. Oder man kommt auf jeden Fall in den Himmel. Und ja, also der ist schon, der fordert schon ziemlich. Das sind 16 Stunden, die man da über die Berge geht. Und die Vorbeter mit den Kreuzen, die setzen einen richtigen Schritt an. Also die sind sehr flott unterwegs. Sag, du bist jetzt, wie lange schon in Österreich? Seit 2007, 2006. Und hast du keine Sehnsucht nach der Weite wieder? Schon, aber ich bin ein bisschen eingebremst. Ist natürlich klar, wenn man die ganze Zeit im Ausland ist, dann muss man damit rechnen, dass das irgendwo dann auch von der Rente abgeht. Also dann muss man da eben schauen, dass man da mit zurechtkommt. Das heißt, damals hast du gearbeitet und das Geld ausgegeben, so wie es reinkam? Ja, ich habe also schon einbezahlt, weil sonst hätte ich ja gar nichts. Aber es ist natürlich weniger, als wäre, wenn ich die ganze Zeit da geblieben wäre. Und wovon träumst du? Was würdest du gerne noch sehen? Weil du hast ja viel von der Welt gesehen. Ja, also Chile noch einmal. Noch einmal Chile? Ja, weil es hat mir irrsinnig gut gefallen. Und warum? Es ist eigentlich wie da, aber es ist die Freiheit, die man da hat mit, mit, ja, es ist eben nicht so genau. Also das gesunde Durcheinander, das brauche ich irgendwie. In Österreich ist alles ein bisschen zu sehr geregelt. Und wie schaut es aus mit Freundschaften? Da gibt es zwei Orten. Die einen, die vergehen so schnell, wie sie kommen und die anderen halten ein Leben lang. Genau, und die gibt es noch, die ein Leben lang halten. Und die gibt es noch, ja. Wenn man wo hört, in Afrika oder irgendwo anders, vielleicht in der Karibik. Das ist eine Westafrika-Kanische Chemie. Im Kinderturnen müssen wir natürlich immer am Anfang kurz aufwärmen. Und dann spielen wir zum Beispiel, also im Wald läuft ein Wildschwein. Oder irgendeine Geschichte, eine kurze Fantasie bringe ich rein. Und das ist oft gar nicht nötig. Die Kinder lieben einfach Laufen zur Trommel. Das ist hier sehr dumpf. Das würde eigentlich heiliger klingen. Was macht Trommeln mit einem? Was hat das für eine Wirkung? Also ist das so, dass man sich erdet oder im Trance kommt? Ich glaube, ich liebe den Rhythmus. Also das, was drunter liegt und was immer gleich bleibt und drüber tanzt man. Das gefällt der Amre auch gut, gell? Ja, das ist wirklich sehr interessant. Er erdet schon sehr eine Trommel. Das ist das Verbindende. Amre, du bist Künstlerin. Ja. Was für eine Kunst machst du? Ich mache eigentlich in verschiedenen Dingen. Ich mache Aquarelle und Ölmalereien. Raumgestaltung, Mode, Kostüm, Bilder. Einfach Atmosphäre schaffen. Das ist so meine Vorstellung. Wie kann ich jemandem bestimmte Gefühle rauslocken oder Ideen, Empfindungen rauslocken mit der Gestaltung des Raums, des Bildes oder des Kostüms. So würde ich sagen, ja. Thomas, du bist Psychotherapeut. Was ist das Problem für viele Menschen, wenn sie auf Lebenskünstler treffen oder auf Aussteiger? Also warum kann man das oft nicht nachvollziehen, dass man sich denkt, es steckt ein bisschen eine Feigheit dahinter oder ein bisschen ein Neid, dass man sich dann erst am Sterbe bedenkt, Mensch, hätte ein bisschen was gemacht aus meinem Leben. Hätte ich nur. Schon, oder? Ja, ich glaube, dass das wirklich zum Teil eine ganze große Portion Mut dazugehört und es kostet sehr viel Überwindung bei den meisten Menschen, die ich so kennengelernt habe. Es kostet eine wahnsinnige Überwindung aus der Komfortzone auszubrechen und sagen, ich mache etwas anderes. Es kann in Kolumbien keine Schlange beißen, muss nicht, aber ich kann immer Angst haben vor irgendetwas, das Unbekannte und da mal aus der Komfortzone herauszukommen und zu sagen, um meiner Selbstwillen tue ich jetzt einfach etwas ganz anderes, etwas ganz Narrisches. Und wo jeder sagt, mein Gott, der spinnt oder so, ist es wurscht, wenn es mir gut tut, dann ist es okay. Darf ich dazu was sagen? Bitte, gerne. Ist es nicht eher so, dass sozusagen, wenn es einen woanders hinzieht, also man kann ja nicht anders, oder wenn es einen in irgendwelche Richtungen zieht, weil du sagst sozusagen, es kostet Mut oder Überwindung anders zu sein. Aber mir kommt vor, Menschen, die anders sind, also es drängt einen dazu. Es ist das Schwierigere, in dem zu bleiben, was man vielleicht, oder was man glaubt, was die Gesellschaft erwartet. Und es ist das Leichtere, den Weg zu gehen, der der eigene ist. Wenn man das Herz sagt, so wie es bei mir gewesen ist, eben zuerst nach Kalifornien gehen und dann nach Kolumbien, das hat man ein Herz gesagt. Und da war für mich klar, ich kann gar nicht mehr dableiben. Ja, es hat sich ein paar Zähne richtig halten. Da gebe ich dir durchwegs recht. Also das ist, und das war ja auch, ich meine, wir brauchen uns nur jetzt unsere Geschichten da anhören. Und da denke ich mir, ja, es hat immer irgendjemand wohin gezogen. Und auch mich natürlich, sonst wäre ich ja nicht am Palfen da gekommen. Also es hat mich natürlich hingezogen. Und es hat wirklich ein paar Monate gedauert, bis ich dann innerlich frei war und dann war ich auch für die Menschen da. Aber du hast ein Wort gesagt, das stimmt. Angst. Sie gehen ja ganz viel quasi normale Menschen mit mir, die einen Beruf haben, die gut situiert sind. Und ganz viele erzählen mir, man möchte sowas tun wie du. Das würde mich reizen. Ich würde gerne auch mal den Finanzminister nicht mehr wichtig nehmen und meinen Chef. Aber bei ganz vielen ist die Angst da. Und das wird, glaube ich, in unserer Zeit sogar noch mehr gefordert. Wenn ich so anschaue, unsere Werbung, die uns ja sagt, wir müssen mindestens drei Versicherungen haben und ich brauche ein Zweizauto. Also Angst ist sicher ein großer Thema für, ich gehe meinen Weg. Das hast du ja du gemacht, Sebastian. Bevor du gegangen bist, hast du ja alles verkauft. Alle meine Lebensversicherungen, Bausparverträge, Autos, Motorrad, alles verkauft. Wie du sagst, da muss man Mut haben, so einen Schritt zu gehen. Heute ist ja das die Sicherheit. Ich muss eine Sicherheit haben und so und wo ich mich anhalten kann. Und die einzige Sicherheit, die ist ja eigentlich in mir. Und nicht irgendwie durch eine Versicherung oder was weiß ich, wie es du gesagt hast, Sebastian. Sondern das ist unheimlich wichtig. Weil ich den Hermann noch gerne gefragt hätte mit den Pilgern. Was kostet das? Das, was du mir gibst. Spenden also? Genau. Ich habe keinen fixen Betrag. Ich habe vorgestern ein neues Wort entdeckt. Talente-Austausch. Also meine Währung ist Talente-Austausch. Ich habe schon jemanden mitgehabt, der mir dann, ich glaube, es waren fast auch Kilo Honig gegeben hat. Natürlich geben sehr viele ihre Talente in Form von Euros. Ich brauche einfach Euros auch für meinen Sohn. Da war schon jemand dabei, der nichts gegeben hat. Ein einziges Mal. Bei über 300 Menschen war nur eine einzige Dame, die mir einmal nichts gegeben hat. Die hat sich wahrscheinlich nicht gedacht, ihre Gegenwart ist genug. Genau so eine Dame ist das. Unbeschrieben, obwohl du sie wahrscheinlich nicht hättest. Wahnsinn. Und wo schlaft ihr da, wenn ihr pilgert? Also in Pilgerstädten oder so, wie Sebastian unter dem Sternenhimmel zählt? Also Sternenhimmel fast nie mehr. Aber angefangen hat es bei mir und oft unter dem Sternenhimmel. Gerade in Italien ist das ein Traum. Inzwischen meistens, gerade in Italien, so in Privathäusern, wo die Kinder nicht mehr da sind. Und Italien, also dann sind plötzlich fünf Zimmer frei. Also einfach in Privathäusern, wo die Mama kocht. Und ihr könnt euch vorstellen, la Mama kocht in Italien sehr, sehr gut. Und es gibt natürlich auch die klassischen Pilgerherbergen. Und wenn ich es halt so in Tirol oder Südtirol mache, geht man halt oft einfach in ganz normale Pensionen. Tourismus-Pensionen. Thomas, wovon träumst du noch? Die Frage geht an alle. Oh, ja, ich... Irgendwie träume ich noch immer vom Palfen. So, wobei ich, ja, irgendwie Sehnsucht, das ist jetzt Geschichte gewesen für mich. Und außerdem hat meine Frau und ich, wir haben uns in Südburgenland ein Weinstöckel gekauft. Und ich habe 100 Weinstöcke zu betreuen. Und ja, das... Du brauchst deinen eigenen Wein? Also, ich mache alles, bis auf den Wein selber. Das gebe ich meinem Weingarten-Nachbar. Und ich habe das Glück, dass ich lauter Uhudler-Weinstöcke habe. Und das ist ein sehr guter Wein, der sehr in Verruf geraten ist. Aber den muss man nicht spritzen. Ja, deswegen ist er ein erstes Bio-Wein. Ja, ja, im Prinzip ist er ein Bio-Wein. Ja, da hast du völlig recht. Und das mache ich. Und ich komme jetzt auch direkt vom Burgenland herauf. Und das ist für mich schön, also das, was jetzt schon viele da gesagt haben, mit der Natur zu leben, die zu erleben. Und jetzt sage ich, im Frühjahr, wenn ich noch sehe, das sind die Knospen. Und dann, der wird heuer wahrscheinlich sehr gut, wenn kein Hagelfrost oder sonst noch was kommt. Inschallah. Werden wir sehen. Was euch aber alle quasi eint, ist die Offenheit, auf Menschen zuzugehen, auf die Natur zuzugehen. Keine Angst zu haben, Mut zu haben und einfach auch das Leben auch anzunehmen, nicht? Also das eint euch eigentlich alle, die Neugierde auf das Leben. Und vielleicht habt ihr ja jetzt auch jemanden ein bisschen inspiriert, vielleicht doch den gewohnten Weg, nicht mehr zu gehen, sondern neugierig was Neues zu erleben. Was weiß man schon, weil es gibt so ein schönes Motto, das da heißt, folge deinen Träumen, denn sie kennen deinen Weg. Ist das nicht schön? Wünsche ich Ihnen, gell? Versuchen Sie es einfach. Mutig sein und da wünsche ich Ihnen dann alles Gute dabei. Danke, dass Sie da waren. Wollen auch Sie mir Ihre ganz persönliche Geschichte erzählen? Dann rufen Sie uns doch an. Meine Redaktion ist immer für Sie da. Danke. Vielen Dank.